So Leute, ich weiß, es ist schon gerade mal zwei Parts her, aber wir kommen zum weiteren Zwischenbattle bei Pokémon Y. Yay, denn die vierte Arena war ein bisschen schnell an uns vorbeigezogen. Die lag da quasi gerade so rum. Ja, einfach mal mitgenommen. War da was? Aber muss man echt sagen, die konnte man auch einfach so mitnehmen, die war echt nicht schwer. Ja, das war einfach wahrscheinlich so quasi nach dem Motto, ich will keine Pokémon mit dir tauschen, Eilin, wer auch immer du bist, Fassant. Ja, ich habe gerade eine O-Kraft bekommen von einem random Passanten. Warte erst mal, so. Das muss ja sein, oder der Kampf? Ja, Moment. Ja, also wie gesagt, es ist gerade mal zwei Kämpfe her irgendwie. Ja, aber wir betteln uns schon wieder. Man muss aber dazu sagen, trotzdem zwei Folgen hat sich bei mir im Team sehr viel getan. Ja, bei mir auch so irgendwie. Also richtig viel, also so richtig, richtig viel. Also wir machen ja nicht nur zwei wirklich nennenswerte Dinge, sag ich mal. Naja. Naja, schauen wir mal. Du forderst die Kämpfe, Freund, zum Kampf heraus. Yay. Datensprache wird im Übrigen ausgeführt, das ist eine sehr interessante Sache. Ja, das muss man dringend wissen. So, dann schauen wir doch mal, was dich so mega krass, heftig, übel in deinem Team verändert hat. Ja, siehst du dann mal. Ja, wenn das mal überträgt, so langsam, dann würde ich so was sehen. Ah. Aha. Kampf beginnen. So, beginnen. Bitte warte einen Augenblick. Brr, 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 brr. Nein, 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 nein. So. Ja, ich sehe drei neue Pokémon bei dir. Ja. Ich sehe bei dir auch ein bisschen was Neues. Okay. Na, was mache ich denn da mal? Vorzüglich. Das ist echt eine Frage, was mache ich denn da? Eigentlich ist es echt immer noch blöd, dass man alle sechs Pokémon auswählen muss. Naja, obwohl, theoretisch, wenn man Zoroark dabei hätte, wäre es gar nicht mal so blöd. Ich habe nichts gesagt. Nichts, nichts, nichts. Halt die Klappe. Fall mir nicht ins Wort. Jetzt bin ich mal gespannt, mit welcher Taktik du hier auffährst. Du solltest ja jetzt auch eine Mega-Entwicklung haben. Vielleicht. So eine sehe ich. Ja. Eine potenzielle. Wobei man natürlich dazu sagen muss, ich habe die coolere Mega-Entwicklung von dem Pokémon. Finde ich ja nicht, du. A big Pokémon Battle of History. Dieser Ruf, eh, ne? Von der Nexus. So heftig. Ja, der Kampf ist schon mal reiner von der Größe, der hast du schon mal gewonnen. Hallo. Einfach mal drauf treten. Du bist schneller als ich. Wieso? Halt es aus, dir denn. Boah. Alter, Vater. Klatsch. Okay. Du willst alles auf diese Art, ja? Ja, selbstverständlich. Bon. Gib's mir, was immer du hast. Ach, du hast gar nichts. Nee. Oh, Mann. Eilen Passall, will mit dir Pokémon tauschen. Nein. Schon wieder. Nicht jetzt, Mann. Ach, komm schon. Was zur Hölle, ey. Da fällt mir so ein Video ein So ein Scheiß Roppisch Was zum Ach komm schon Also so langsam Was ein Bullshit Oh Mann was ein Scheiß Da muss man schon, ja Pech haben Alter wie doof Nehm ich mir noch 2 KP mit Ja. Dings, Phinexes war einfach so schockiert. Es sieht Deden und denkt nicht nur so, was ist hier passiert? So ein Mumpitz, ey. So, dann nochmal. Don't trouble the king. Ja. Du mich auch. Kennst du das? Zufällig? Das ist ein schönes, kurzes Video auf YouTube. Gibt es schon 10 Stunden Loops von. Okay. Es ist Locario. Locasrio. Was? Was mach ich denn da jetzt? Ist für mich ja jetzt schon die große Frage der Fragen, ne? Ohohoho. Ohohoho. Vorzüglich. Wieso seid ihr alle schneller als ich? Ob du es verdient hast. Bist du sicher, dass du es tun möchtest? Klatsch. Ich mag den Wangenrubbler. Ja, toll. Merkst du schon, ne? Das kleine Ding geht mir so auf den Sack, ne? Wieso? Hä? Kapier ich nicht. So. Super, jetzt ist der Angriff wieder normal. Ja, was werfe ich denn jetzt mal entgegen? Sag doch mal. Ich weiß es nicht. Sag doch mal. Sag doch mal. Ich muss mal kurz das kontrollieren hier. Das kann ja nicht angehen so, ne? Das geht so nicht. Wurde mich doch wirklich über deine unglaubliche Geschwindigkeit, muss ich da mal sagen. Ja, siehste mal. Mit Fenhexes, der Hexe ist es nicht zu spaßen. Ja. Das ist wahr. Na gut. Oh je. Brrrr. Dum, dum, dum. Na gut. Is this what you want? Oh, was kommt denn jetzt? Ah. Ah. Rülpst mich an. Rülpst mich nicht an. Dum, platsch. Das hat bestimmt, ja, wollte ich gerade sagen, macht jetzt bestimmt total viel Schaden. Das hat fast schon, fast schon wehgetan. Ja, so ganz kleines bisschen. Vielleicht. Boah, diese Augen, Mann. Ja. Ja. Schreit dann wirklich an und sagt einfach nur, I'm gonna kill you. I want to destroy. Hm. Ich bin etwas sichtlich verwirrt. Etwas sichtlich verwirrt? Ja. Ein wenig. Tja, könnte ich das jetzt natürlich tun, ne? Frage, was lohnt das? Du hast nur einen großen Vorteil. Was denn? Ob ich dein ganzes Team paralysiere? Nee, du hast, also das auch, aber... Ähm. Ich hab, ich hab vergessen, was, äh, ich für ein blödes Attacken-Move-Set ich auf meinem Panamero hab. Ach so. Oh Gott! Hahaha! We are back in town! Oh, holy. Holy Macaroni! Ähm. Ich mag die Schwerter. Ich nicht. Die Reaktion. Oh Gott! Ich ahne mal ganz schwer zu wissen, was jetzt kommt. Ja. Dachte ich mir fast. Wann! Hallo! Ähm. Muss das jetzt sein? Ja! Also, ich wär da nicht für. Ja. Ich hab da keinen Bock drauf. Aber warum denn? Nur so. Schlechte Erfahrungen gemacht. Nein! Digitiert! Verdammt! Zu Ixmon! X-Klurakmon! Quasi. Warum ist das Ding so schnell? Schattenstoß! Ach so, stimmt, das ist ja eine Privat-Attacke, ne? Ja. Äh. Verdammt, diesmal greifst du zu... Okay. Mann! Weg damit! Okay. Ist dann mal meine Meinung dazu? Hm. Sag doch, ich hab keinen Bock auf das Ding. Ich merk das schon hier. Wahnsinn. Ja, ist jetzt die Frak. Ne, wat morik denn? Die Frake aller Fraken. Die Fraken aller Fraken. Gucken wir doch mal. T'sä! Hm. Upsala. Sie starren einander an. Also, schneller werd ich ja wohl sein. Ja, wollte ich was sagen. Au, 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 au. Fliegen! Schwusch! Da fliegt er mir davon! Wusch! Wusch! Don't drive! Ich weiß, es ist schon längst weg, aber... Naja. Das ist doch schön, ne? Ich trinke einen Sekt vielleicht. Das sollte wahrscheinlich wehtun jetzt. Ich hoffe, ich überlebe es trotzdem irgendwie. Quaiutsu, du kannst das! Ah, verdammt! Gut, 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 gut. Meine Herren! Di-da-dam-di-m! Nya! Den Surfer zum Gruße! Oder die gute, wie auch immer. Oh. Der hat ja einen krassen Ruf drauf. Schon zu verändern? Ähm, so, jetzt hab ich lauter paralysierte Pokémon. Glaube ich jedenfalls. Ja! Echt klasse, Mann! Super Sache! Äh, wie nehm ich denn jetzt? Da hab ich doch Spaß dran! Ich muss kurz überlegen, was du noch hast. Du hast noch Amarino, Pandamero und mehr hab ich doch gerade schon nicht im Kopf. Lucario lebt, glaube ich, oder? Doch. Ja, ja, Lucario lebt noch. Äh. Warum wirfst du mir immer, wenn ich dieses Pokémon draußen hab, von mir den Panda entgegen? Das kannst du doch nicht tun! Doch, kann ich! Aber ich möchte das nicht! Ja, aber ich! Ja, komm. Du hast schon einen guten Job gemacht, ihr Kwayotsu. Dann mach nur so viel Schaden, wie du kannst. Boah, ordentlich. Und tschüss, Kwayotsu! Bam! Bop! Volleck getackelt. Da geht man denen ja zu Boden. Tjojojo! Ei, ei, ei! Don't drop that, that. Sorry, ich hab ein Ohrwohn davon. Ich merk's. Ich überleg die ganze Zeit, was dein letztes Loch ist. Irgendwas ist da noch, fehlt doch irgendwas. Da ist doch was im Busch. Irgendwas fehlt da noch, das stimmt. Tja, ja, ja, ja. Ich will nicht mit dir Pokémon tauschen, Island. Schon wieder. Auf den kleinen Bildschirmen ist jetzt die ganze Zeit unten immer so eingeblendet. So, brumm, tauschen. Nein, Manu. Ah! Bon, bon. Ey, so gar nicht mehr so wenig. Dat Boilenhelm. I like Boilenhelm. And Turtles. Okay. Ach ja. Da kommt die Flinke dauer wieder, aber ja. Der Überkopfwurf. Hätte ich mal einen Karate-Schlag gemacht. Ja, hättest du mal, ne? So. 3 zu 3. Ein Lucario, ein Amarino und irgendwas was. Labras! Ha, das war's. Stimmt, natürlich. Verdammt, der hat mich durchschaut. Was mach ich denn jetzt? Da war ja was, da war ja was. Hm. Du da. Nessi. Tank mal ein bisschen was. Brrrr. Nessi, ich möchte ehrlich gesagt nicht, dass das hier rumsteht. Ich hoffe, das kannst du verstehen. Ich hoffe mal, dass ich schneller bin. Also, Labras ist jetzt nicht gerade dafür bekannt, dass Hoennet hat, aber Chefrum ebenfalls jetzt. Ja. Nicht. Nice. Don't. Komm schon. Oh, come on. Dead Tank. Das gibt's doch nicht. Das ist ein reines Tank-Battle hier. Wie dämlich. Du siehst schon, Chefrum hält ein bisschen was aus. Äh. Der hat in den letzten Kampf auch schon gut was gerissen. Brrrr. Mann. Mann. Na, brrrr. Brrrr. Das sieht so heftig aus, die Animation. Wieso habe ich nicht mit der Dampfwalze gerechnet? Keine Ahnung. Aber ich habe eh nichts, was irgendwie da nicht schwach gegen Chefrum gerade ist. Das ist ein Problem. Ich merke es schon. Chefrum Sweep. Ja. Leider. Oh, Mann. Hätte dieses blöde Labrasnet ein bisschen mehr Schaden machen können? Wäre nicht schlecht gewesen, so ein ganz kleines bisschen, ne? Unglaublich, Mann. Oder geht es so gut? So ein nutzloses Viech. Dafür habe ich mein Wii-Eye eingetauscht. Das kannst du doch zurückholen. Das ist jetzt ein Leuchtstein. Ja, aber ich muss es noch hochleveln bis 30.000. Oder du wartest bis zu einer gewissen TM, aber das dauert auch noch lange. Na super. Du. Ich will aber, dass es jetzt nützlich ist. Ich will aber. Ne, das hat mich echt angenervt, dass das Ding... Ja, das kann ich aber nachvollziehen. Das war bei mir auch so ein kleiner Krampf. Es ist an sich so gut, aber... Ja, ist es auch. Es ist so spät. Von der speziellen Defensive. Wow, wow, wow. Ja. In der speziellen Defensive ist es richtig. Oui, oui, quasi. Oh, oui, oui. Du nicht, mon dieu. So, Eil. Und ich möchte immer noch nicht mit dir tauschen, bevor du jetzt schon mal direkt fragst. Ach so, nee. Ich wollte nicht mit dir weiterspielen. Nein. Geh weg. Pfui. Eil. Die Wirkung von Schnäppchenkraft hat nachgelassen. Verdammt. Verdammt. Jetzt werde ich arm. Das kannst du doch nicht machen. Oh, jetzt geht hier der Sandsturm los. Super. Let's go, let's go. So, guck mal. Hast du gesehen? Ja. Wo ich mir bessere Pokémon fangen kann, oder was? Ja, natürlich. Ich muss mir aber langsam echt mal was gegen deinen Chef rum überlegen. Ja, das hat im letzten Kampf auch schon ziemlich fast gerissen. Ja. Das ist echt gemein. Ich hatte keine Zeit, mich darauf einzustellen. Ja, nachdem dein halbes Team paralysiert war. Ja, das war echt fies. Das nächste Mal komme ich mit einem reinen Boden-Team. Ja, super. Aha. Da besorge ich mir schnell noch Giftblick. Ja. Gott. Naja, bin ich mal gespannt. Gut. Ich hoffe dann mal, dass der nächste Kampf vielleicht mal in fünf Parts weg ist, mindestens. Ja, das wäre praktisch. Zwei Parts dazwischen, oh, 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 oh. Ja. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Etwas ungeschüttet. Na ja, schauen wir mal. Du darfst dir doch ein Hashtag austanken. Oh, ähm, oh Gott. Mir fiel vorhin sogar ein guter Hashtag ein, aber jetzt habe ich ihn wieder vergessen. Hat er irgendwas mit Chef rum zu tun oder mit dir denn? Äh. Nee, machen wir einfach Hashtag Wangenrubbler. Okay. Bin ich dafür? Finde ich gut. Ah, wie doof. Na gut. Ah, okay. Okay, ähm, dann, Leute, wir sehen uns in einer halben Stunde bei Part 28, glaube ich. Ich habe keinen Überblick mehr bei irgendeinem Part. Ja, ich auch nicht bei irgendeinem Part. Genau. Ihr seht es dann, wann es kommt. Bis dann. Bis dann. Ciao. Tschö. Tschö. Tschö.